Willkommen meine lieben Freunde und Freunde! Hier ist euer Sachsenpaksindakt und wir spielen heute den One Piece Pirate Warriors 3. Und ja, wir sind Kapitel 4 Episode 1 Abenteuer im Sako die Archipede. Ich kann nicht richtig diesen fucking Namen aussprechen. Scheissegal fangen wir mit Raffi, fangen wir an. Level 30, pass wunderbar. Ich weiß nicht, wie viel Geld habe ich überhaupt habe ich lange ausgegeben. Also, ich glaube ich bin ein Millionärer. Ich bin ein Millionärer. Abenteuer und Sabote. Ich weiß nicht. Okta, bist du das? Was machst du hier? Und warum bist du verletzt? Rayleigh, was machst du hier? Ja, verstehe. Da hast du was durchgemacht. Ihr habt ihnen also geholfen. Also dann. Was? Was war das denn? Wer ist der Alter? Da, älter da, Alter. Diese Strophe passt gut zu einem verwegenden Mann. Ich wollte dich schon lange mal treffen, Monkey D. Rufi. Silber Rayleigh, der Dunkelkönig. Dass es hier so einen Höhentitel trifft werden. Auch diese Egelse nennen man mich nur Rayleigh, der Beschichtungtechniker. Mein Gott, was für ein langes Name. Das reicht voll willig. Du wolltest mit... Du wolltest mir treffen, Alter? Richtig. Aber lass uns erst hier abhauen. Und ich führe mich... Fürchte, nämlich die Marien... 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 Aha! Hat uns schon eingekesselt. Alle Gesuchten sollte sich umgeblich ergeben. Der Admirant trefft in kurzen... In kurzen... Admirant trefft in kurzen ein. Dann kann ich für nichts mehr garantieren. Sitz so aus, als werden wir eh allen... In komplizierter... Komplizierter... Oh mein Gott! Der Besträchtigter... Na gut, dann werde ich mal... Zumindest vor der Tür auftreuen. Bleib, wo du bist. Das schaffe ich locker allein. Boah! Ja, hier fehlt nur ein Person. Ich habe gedacht, die haben die 3 Reingammel, aber die haben die nicht reingammel. Das ist die Kid. Weil normalerweise... Jetzt ist Raffi 300 Millionen Bellen wert. Und der Low ist glaube ich 100... Ne... 210... Wert. Und nach... Vor dem Raffi, der mit dem Kopf gilt, ist der... äh... Kapitän Kid. Der ist 315 Millionen Bellen wert. Okay... Marine... Bemündete... Feinde... Okay... Und lass... Der Spiel beginnen! Warte, wenn wir wieder abgehen. Aaaaah! Ah ne, das werde noch vor. Hi Leute, äh... Ich hab... Gestern, äh... Wahrscheinlich sind 2... 2 oder 3 Monate der One Piece Story vorbeigehen. Ich vermute ja, aber ich bin mir sicher. Äh, ACP. Dann wäre ein anderer Ort. Da! Ja, ja. Da! Aaaaah! 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 Aaaaah-aah! Aber, ah! Loll, was ist das? HALT! 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 Sie, gehen Sie! Schambler! HALT! Ich werde es schnell machen, aber ich werde es enden. Okay, Mugiwara. Okay, dann haben wir das. Ok, dann haben wir das. Ok, dann haben wir das. Nami! Zoru, yay! Ihr seid meine besten Freunde! Aha. Alles klar. Ich bin der stärkste Mann! Ich bin der Kühle in der Welt! LOL! Aber die kommt doch nicht. Ich bin der Kühle in der Welt! Ich bin der Kühle. Okay, jetzt ist es Zeit für Ultimative Power. Ich habe das Problem, ja? Aber ich habe auch von mir langsam. Ich kann nicht helfen, wenn so ein guter Gegner ist auf einmal. LOL, läuft bei dir! Also wieder ein Mal. Das ist ein Problem, ich kann nicht immer wieder. Ist immer mehr. Ja, der ist tot. Ne, da, da, da. Mein Gott. Das kommt immer mehr. Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja, das geht auch. 1.000 haben wir schon 1.000 haben wir schnapp Das ist eine Option, oder? Das ist sieben? Irgendwann hier, Mann. Ja, LOL. Ja! Leute! Ich bin eine der Welt, die das zu diesem Scherz-Klang. Ich bin ein Scherz-Klang. Ich bin ein Scherz-Klang. Das ist die Scherz-Klang. Das ist die Scherz-Klang. Ich bin ein Scherz-Klang. Ja, ich bin so ein Klingel Ja, ich bin so ein Klingel Da kann ich noch! Ah nein, ich habe schon gesagt. Was? Auf dem Schiff des Piratkönigs? Ja, ich war der erste Mat auf dem Schiff. Mein Name ist Silver Rayleigh. Jetzt ist mir eine Freundin. Ja, aber dass Gold Roger exsiktiert wurde, bedeutet, dass seine Gesamtgruppe von der Marine gefangen wurde, oder? Nein, Roger hat eine unheilbare Krankheit. Nachdem er den Grand Line eroberte, hat er sich freiwillig. Das letzte, das er bei der Pinus gesagte, leitet die große Piraten-Era ein. Er nimmt einen kleinen Flächen und macht daraus eine Höhle im Feuer. Ja, er war nicht nur Kapitän, er war einzigartig. Ach so, er ist eher fast so, als ob Roger das alles, diese ganze große Piraten-Era selbst geplant hat. Das ist eine andere schwierige Frage. Wenn Roger ist tot, dann Roger ist tot. Die Einzige, die diese Ära schaffen, sind die, die leben. Ich höre dich was fragen. Ist das One Piece wirklich auf dieser letzten Insel? Lesop! Es ist mir egal, ob der Schatz ist und es ist mir auch egal, ob es ihn überhaupt gibt. Wenn, wenn der alter Rayleigh uns alles erzählt, gebe ich auf der Stelle auf. Ich werde kein langweiliges Abenteuer. Du bist sicher. Du bist sicher? Was dir auf dieser Reise bevorsteht, kannst du mir nicht vorstellen? Kannst du das Meer beherrschen? Es geht hier nicht um Beherrschen. König Pirat ist der, der auf dem Meer am der freisten ist. LOL So, jetzt! Gehen weiter! Äh, ja, hallo? Gibt es irgendwo noch Ziele? Ah ja, da! Ja, nehm ich mich nicht hin. Hers ist hier! 인을 weg damit. Ja, oh nein! Ja, ich bin schon sicher. Ich bin schon sicher. Ich bin schon sicher. Ich bin schon sicher. Für mich ist der Trester in einem Reise. Ich bin schon sicher, auch hier. Ich bin schon sicher. Ja, ich bin schon sicher. Nein! Ich bin schon sicher. Ich bin schon sicher. LOL LOL Ich will diese fucking Annialle übersicken jetzt Ich weiß nicht! Tschöne ist ein Tybohr Komm schon! Ei, Junge! Jolo, die zwei! Ich kippe euch! Loll, Loll! Ja, er ist gut! Echt gut! Ja, er ist gut! So, das ist so gut. Also einer ist wahrscheinlich auf Boden So Weil sie sind auf Boden Essen Gut Yeeeey So, da ist es Wo ist das? Ja, das ist das Beste. Oh, gut ne! Gezauro. Gezauro. Fuck Yeah 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 Były mnie Będzyski za obyzyw na raz Tomki zamyk Zamyk Ja Zamyk 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 I Zamyk 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 Loll, wer sieht? Loll, schatz! Könnte es sein? Hier ist Borsalino. Du hast doch eine Tele-Schnecke. Warum hast du dich nicht gemeldet? Oh, du bist es, Santorum. Kannst du mir sparen, was machst du denn? Du bist schon auf der Insel, oder? Nein. Deswegen habe ich mich auch nicht gemeldet. Ist schon okay. Komm einfach her. Oh, okay. Okay. So, äh, der Sorgen ist scheiße. Der Tor muss ich auch machen. Da ist es ein Zoo, sehe ich. Der Tor ist scheiße. Der Tor ist scheiße. Der Tor ist scheiße. Der Tor ist scheiße. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Oh, das hat's gesessen. Sogar gut gesessen. Nächster Schatz. Lol. Nächster. Nächster Schatz. Nächster Schatz. So, yes. Das war's für heute. Woa, das war Mann, das war Mann, das war Mann. Äh, was macht er nicht? Hä? Wieso löscht er so auf weiß? Äh, harte so kleine Augenhöfe, äh, die BG-Gang. Äh, ist dein fucking Herz. So, äh, glaubt er. Hä, wo ist mein Vater? Ich bin, ich bin, du hast Zeit. Ich werde mit dem Reaktion zurückgehen. Du kannst dich nicht動ieren. Du kannst dich nicht動ieren und nicht動ieren. Ich bin, du bist, du hast. Ich bin, du hast dich. Du bist nicht mit dir. Ich bin, du bist hier. Du bist, du bist. Ah lol, lol, läuft, 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 ALTA! Ja, scheiße, gar nicht, ich gehe wieder. Ja, das ist Frank, das ist schon ein bisschen besser. das ist lol ja lol das sind was wie liebs lol jetzt geht der die Geld ist auch also die Geld ist im in 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 LOL Ah, ich hab's schon! Wer ist der? Fuck! Wer nimmt die ganze Zeit? LOL! Au! Mein Gott, ich kann nicht alle aufhalten! Ah, ich hab's schon gemacht! Ich hab's schon gemacht! Ich hab's schon gemacht! Verweckt euch, mein Gefliess! Hey, das kann nicht sein! Verweckt ein kleines Stückchen! ich kann was soll ich machen kann mir immer zählen soll ich beide besiegen ok also vielleicht die zwei mussten hier kommen und dann soll ich die besiegen kommen wir ja 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 Vielleicht so... Ja, okay, ich glaube schon wieder. Ja, okay. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ich habe all den Neu. Ja, ja, ja. Was? Bär? Bär? H verdict? Okay, jetzt haben wir. Mission voll. Nami raus Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Lass mich Tizauro besiegen. Ah, Bär hat... Ja, Tizauro besiegen. Und Loh. Wäre dein Problem, weil ich habe nicht viel Leben. Ich habe keine T-Box. Ich habe keine T-Box. Ich bin Englisch. Ich habe keine T-Box. Ich habe keine T-Box. Jaaa, wie war ein Fakt semmetor, ja? doch essen jawoll das ist doch LOL das ist gut meine Gott das ist doch das ist doch ein Mutti, glaube ich NEIN, ich habe ihm nicht getroffen das ist doch fucking ernst ah, leid, ich sehe mich, ich sehe mich NEIN knowledgeable hmm Sweet oooool oh Jaaa Jaaa endlich verhärt die mit dem Jaaa 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 Oh, ich bin sehr gut. Aber es ist sehr süß. Ich bin nicht so süß. Ich bin nicht so süß. Es ist nicht so süß. Ich bin nicht so süß. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, ok, dann ja. Nice. So, nächste. Yo. Oh. He? Okay. 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 Wir haben jetzt 6 Millionen Buried. Nicht schlecht, finde ich. Hm, finde ich schon ein bisschen komisch. Yeah. Und dann wir sind. Ah, im Impedown der Giffen auf dem Meerboden. Okay, Leute. Das war's für dieses Video. Wir sehen uns nächste Folge. Und bis dann. Macht's gut. Und bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.